Das ist aber eine kleine Biene. Ich glaube, das ist noch nicht mal eine Biene, das ist eine Fliege. Die ist nur getarnt als Biene, weil die Augen sind ja total anders. Die sind ja voll komisch. Was mit der? Das ist doch auch keine Biene. Das ist doch eine Fliege. Komisch. Auch von dem Stil, wie die fliegen, sind es keine Bienen. Super strange. Aber ja, hier blüht es. Und die Tiere, die Insekten, sind an den Pflanzen. Ah, da ist sogar ein Schmetterling. Also ich glaube, das ist nichts für Bienen. Ah, Rüssel reingesteckt. Da, 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 da. Man sieht es richtig schön. Witzig. 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 Witzig.